hallo liebe leute und willkommen zurück zu einer weiteren folge bledensoul und da kommt ein süßes süßes mädchen und ja wir wollen uns in diesem part mit den restlichen nebenquests befassen und dann anschließend mit der story weitermachen anscheinend muss ich hier einmal erst mal hin und welche laternen entzünden dann machen wir das mal oh oh ja kommt her komm 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 ich bin doch außer mir weg hier weg hier weg hier ok also jedes moment wenn wir einen von diesen laternen entzünden dann erscheinen die viecher da so jetzt noch eine so früchte mal vier kommen da kommen immer nur drei was soll das ist ja voll die ganze pestzecken um die kommen wir uns auch direkt geht doch eigentlich relativ schnell die quest ich dachte die wäre ein bisschen länger so jetzt können wir auch schon abhauen so dann sollen wir es dann bericht erstatten aber erst mal gehen wir mal zu dem blauen cookie suchen blauen cookie cookie da durch gehen wir mal da durch wo ist eigentlich diese samvani ach da ist ebenfalls auf dem weg sehr schön bei der quelle der erquickung sehr gut also gegen erquickliche quellen habe ich nichts solange mich nichts da töten will oder sowas ok leute von der kamin legion und von der zielinregion äh vom zielinregion ok was ist da los wir gehen erstmal in das haus das ist sicher hallo lieber cookie hey wir hatten ja nichts gegen dich aber jetzt aha jetzt jammert er achso da hat ein heimel besucht und hat gedacht wir wollen ihm das abnehmen naja gut gut wir gehen auf jeden fall weiter zu dieser quelle der erquickung erquicklich jetzt müssen wir erstmal gucken was dass wir das schönes haben hallo guter mann da war noch schon schon was mutter ok wenn wir erstmal mit diesem kräuter kunder da drüben richter starten dann der nächste uns einen auftrag an schwitzt ok machen wir machen wir ok ja wieder alle möglichen nebenqueste machen aber ihr wisst ja das ist der übliche drill typische mmos das ist auch ein bisschen was ich an mmos nicht leiden kann ist diese ja diese geschichten von wegen hier geht zu punkt a zu punkt b und besorgt item c weil das macht ja so viel spaß jetzt habe ich mich verflickt einmal ganz kurz das ist halt wenn man zwei bildschirme hat und der erste und der zweite meint ich rede mit dem mit dem statt mit dem ersten aber jetzt haben wir weiß das kraut sind beschäftigt mit weißem kraut sammeln ok da mesche ich mich nicht ein jedenfalls einiges düsterer hier aber wenn es nichts absolut gefährlich ist naja soll das nicht einfach blocken fällt dir ein also blocken während ich hinter dir stehe bringt eigentlich relativ wenig ne das ist dir schon klar ok weiter gehts ich muss irgendwie irgendwo immer dieses weiße kraut beschaffen aber ich sehe hier nichts ach da gibts wieder was und da gibts was ah wenn man sich einmal umdreht schon erblickt man da dieses weiße kraut am bluthunde sollte ich auch besiegen ok 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 machen wir doch glatt können wir doch glatt machen hier ach dann machen wir die hier platt nie du Arschloch warum versuchen die eigentlich alle zu blocken obwohl ich den einfach nur einem Tritt ins Gesicht gebe und dann eh das blocken aufgelöst ist warum versuchen dies so looten weitere Bluthunde platt machen na können wir doch machen war zwar heute nicht auf meinem Tagesplanung wo ich zuletzt geguckt habe aber ok oh aber nicht umgehauen der Frechdachs so weiter gehts wo gibt's noch Hundis wo gibt's kleine Hundi-Wundis Hundi-Wundiii bend band du wirst sterben und was willst du noch nicht ach ja komm 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 pff x l haha hat er nicht erwartet he hat er nicht gesehen he dass ich blockene hat er nicht gesehen ne had er nicht gesehen glaub ich hat er nicht gesehen ne So, das war schön. Das war sehr schön. Jetzt gehen wir zur erquicklichen Quelle, weil ich möchte endlich was Erquickliches haben. Was Erquickliches. Erquicklich wie eine Quelle. Erquicklich. Quelle. Oh, da haben wir diese lustigen Kräuter gesammelt. Für den lieben Herrn. Für die liebe Dame. So. Dann nochmal ein paar Kräuter sammeln für die Typen plattgemacht. Für die da. Jetzt muss ich irgendeinen Haupttyp hier finden. Irgendeinen. Ah, das sieht doch aus, als könnte man da rein. Ah, da ist auch dieser Hansi Rang schon. Hallöchen. Oh, so tun es auch hier. Ja, das nennt sich Magen-Darm-Krampf. Wirst dich daran gewöhnen, keine Sorge. Wenn ihr glaubt, dass ich die Hoffnung für diese Männer aufgebe, verschwendet ihr eure Zeit. Alles klar. Machen sie ruhig weiter. Danke für G. Heys Nachricht. Ich kümmere mich jetzt um meine Patienten. Okay, er will weitermachen, auch wenn wir ihm überbringen, dass es eigentlich Hinsinn hat. Okay. 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 Hm, na gut, wenn du meinst, dass es sinnvoll ist. Meine Männer kehrten mit dieser Frau zurück. Sie hat sich mit dem Phantomkrautrauch des Tyrian-Kults vergiftet. Achso, diese Agentin da. Okay. Mit Magen-Darm-Krämpfe. Ja, alles klar. Wir brauchen mehr von dem Phantomkraut-Gegengift, um das überhaupt herausfinden zu können. Also, für Magen-Darm braucht ihr jetzt nicht unbedingt Vertrungenkraut-Gegengift. Also, ich meine ja, da reicht es einfach nur, viel zu trinken, viel aufs Klo gehen, viel schlafen, ab und zu ein paar Brotsticks essen oder sowas. Das reicht doch. Da braucht man doch kein anderes Kraut-Gegengift-Dingspunster. Hast du mir überhaupt zugehört? Brotsticks, viel trinken, schlafen, hallo? Okay. Dann töte ich halt ein paar Tyrian-Kult-Anhänger. Oh Mann. Nur so viel Gewalt, ey. Was ist da los? Nur weil ich die Auserwählte bin, ey. Das geht gar nicht. Was ist da los mit euch? Na gut, na gut. Dann töte ich halt irgendwelche Leute, besorgte das Gegengift. An die Arbeit. Ja, auch die Bluthunde töten wir wieder. Die haben Kleffer, die nichts dafür können. Die haben nicht mal Gegengift, die haben gar nichts. Aber wir müssen sie misshörten. Ich versau dir gerade ganz schön in den Tag, kann das sein. Ja, da, drop. Drop. Stark wie so ein einzelner Kerl, ich so wie ich, einfach hergehen kann und einfach mal 20 Einheitenplatten machen kann. Und dann, wie das seines Weges geht, ne? Also, stark, ne? Bin auserwählter Mann. Komm, der, guck, der kam nicht mal zum Gegenangriff. Bin dermaßen legendärisch. Ich find's immer noch geil, den in der Luft wegzutreten. Einfach wunderschön. Bei einem Moment war ich in Sorge, ob der überhaupt angreift. Hallo? Gesichtsdreter hat nichts gemacht. Muss wieder Schwert einsetzen. Alla. Ah, sei ruhig. Da hast du. So, kaputt. Kaputt, doch mal, kaputt. Tada. Was, du drobst nix. Einmal mit Profis erhellen. Wie? Spike, Junge. Wo ist mein Drop? Alter, wo ist mein perfekter Drop? Alle, warum droppen die nix? Ich glaub, die haben mich nicht mehr lieb. Wie? oh endlich trocken die was hier mann oh man hey knausrige gegner sind das hier furchtbar weiter geht's weiter gehen wir wieder zur quicklichen quelle der erquicklung allöchen wir wissen du schönes oh hallo du hast mir bekannt vor wie eine hong hund studerin die ich mal gekannt habe und die ich sehr gemocht habe und wurde dann von unhunden umgebracht die vergangenheit so ja wo ist er denn seit ihr noch da na gut okay dann verspreche ich mit der guten dame hier stopfe ich etwas kraut in dem ins ins maul vielen dank der schmerz lässt langsam nach was ist mit hauptmann scheujina wo ist sie was sprichst du da deutsch mit mir kenne ich nicht ich komme vom königlichen hof des stratus reichs mein hauptmann und ich untersuchten die schmugglereien des tyrian kult aber wir wurden enttarnt anfänger ich entkam mein hauptmann ist noch immer in gefahr ich kann sie nicht zurücklassen bitte nimmt mein abzeichen und ruft verstärkung halte durch hauptmann okay das ist glück im unglück gibt mir das abzeichen achso wenn hauptmann rogan erfährt dass ein agent des königlichen hofs angegriffen wurde ist er gezwungen verstärkung zu schicken ich gehe zu arrogan geht ihr zum lagerhaus und passt auf dass dem stratus agenten nichts passiert schätze mal dann mach ich das mal ne und da sind wir jetzt inzwischen level 27 können wieder eine tolle fähigkeit verbessern was habe ich zuletzt verbessert was war das etwas weiter unten meine ich nein sehen klinge ah sehen klinge was kann es gewesen sein das ist jetzt die frage nehmen wir wieder das nehmen wir das das macht eine menge schaden das andere na gucken wir mal die fähigkeiten durch hmmm klingo fist irgendwie sexy probieren wir es mal aus rrrr so was haben wir denn noch so blitzrute ach das ist ein cskill ach wahrscheinlich nach umwerfen oder sowas während der verwendung von Sehen klinge. Aha. Na gut, werden wir doch mal gleich sehen. So, jetzt haben wir irgendwelche Wiederholungsquests. Jetzt gucken wir mal erstmal, was die Leute von mir wollen. Ich muss wahrscheinlich wieder irgendwas killen. Siegt die Bluterscheinungsverteidiger. Ah, mach ich mal. Für die hübsche Frau hier darf ich irgendwelche Arbeiterbluterscheinungen platt machen. Also, alles irgendwie blütig, ne? Ganz schon blütig. Blütig. Aha. Achso, dann müssen wir jetzt diesem Lager des Tyrion Cults. Okay, von mir aus. Ja gut, kann man machen, kann man machen. So. Ich erinnere mich jetzt an früher, wo ich meinen ersten Char hier hatte. Wo ich da zur Quelle der Erklärung gegangen bin, habe ich da meine Uniform von der Zedin Orden-Geschichte gehabt. Angehabt und da war früher der Server noch ein bisschen mehr besucht. Und dann hat man auch Jagdaufsicht gemacht. Also man hat mich plattgemacht. Uuuuuh. Wow. 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 Okay, das ist ziemlich cool. Okay, das war jetzt eine ziemlich coole Variation von diesem Klingenruf-Dingenswummsens. Ich glaube, da bleiben wir dabei, oder? So. Ui! So, da muss man anscheinend hoch. Und dann hier durch. Und das Ganze ohne Ladebalken. Sehr gut. So lobe ich mir das. Und dann haben wir einen Punkt zum hinporten. Sehr schön. Ui! Ich glaube, das wird leicht. Hallo, schönes Mädel. Ich bin ausgewählt. Okay, das war zu viel für sie. Hey! Nix zaubern hier. Bleibst du? Lässt du das bleiben? Ja, ja, ja. Okay. Autsch. Ich hätte es wagen, mich anzugreifen. Oh, shit. Ähm, das ist nicht gut. Okay, wir haben einiges Platz gemacht. Und ich habe eine Uniform des Tyrean-Kultes bekommen. Yeah! Ich brauche die Waffe. Ui! Ich brauche die Waffe! Das hier brauche ich zum Beispiel nicht. Dann habe ich die Kleidung bekommen vom Tyrean-Kult. Cool. Dann soll ich das schön einsortieren. Dann was habe ich noch? Was habe ich noch? Was habe ich noch? Ich habe da nichts mehr. Okay, dann brauche ich die Waffe. Denn ich möchte meine Waffe verbessern. Los, Waffe verbessern! Ja! Gerade mal 5 Prozent. Aber Waffe verbessern. Ui! Da fliegt sie. Lässt du das bleiben, Freilein? Ja, komm, komm! Ja, aber ich wüsste, dass sie sich traut, ne? Das sind... Leider... Hm, ich glaube, das war so viel für die. Euer Inventar ist voll. Ja! Ja, hättest du nicht erwartet, dass ich mich wehren kann. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! Hast du nicht gedacht? Hä? Das ist... Ja... Hab ich schon gedacht, dass du das nicht gedacht hast. Okay. Versucht es später noch. Einfach, dass ich mal ein bisschen heilen. da fliegt die kleine ist jetzt kriegst du auf die backe da ja so haben wir es jetzt gut kann ich nicht weiter sehr schön ach sei ruhig mädel so aufdringlich ich bin stolz auf dich jetzt holt erstmal die schlampe da ran die sie mann was gibt es hier noch zu tun irgendein verteidiger ja war recht platz habe ich schon verteidigt habe ich schon gemacht man sollte sicherlich mit dem ausgewählten anlegen mein liebes freulein ich möchte hier mit dem fest eigentlich okay bämm voll in mein gesicht so euer inventar ist voll voll das geht gar nicht voll das geht nicht auch nicht hier gibt die perle scheiß dring dring so sehr schön da geht's also was muss ich kaputt machen ich muss glaubten treuer kaputt machen okay irgendwelche arbeiter schlapp machen also dem zum beispiel allerdings wenn ich solche schlapp machen dann bringt mir das gar nichts glaube ich außer ärger ich habe schon wieder so eine uniform ich muss irgendwas abwerfen verdammt so jetzt haben wir das eisenstolz mir jetzt verbessern wir unsere waffe wieder verbessern kann doch nicht ich will meine waffe verbessern und dann kommst du daher du du kleiner jetzt können wir nicht an der waffe verbessern endlich mal hey boah nein treffer wir son na gott meine 360 no scope an alter die wollen wahrscheinlich wirklich nicht dass ich irgendwas mache mit ihrem lustigen meinen waffen so jetzt habe ich ein von dem blatt gemacht aber nichts passiert und nichts passiert egal nochmal zwei von dem blatt wir müssen die voraussetzungen erfüllen um diese wegensteine nützen zu warum sind die plötzlich so stark was soll das ich weiß doch was nichts angreifen euer inventar schon wieder inventar voll das geht ja gar nicht wie gar nicht junge muss erstmal ein klößchen fressen mich erholen und ja gucken was ich so abwerfen kann ne also ja da kann ich endlich meine waffe verbessern genau das sollten wir auch mal endlich machen bringt nichts der papierkram nö bringt nichts ok wow da ist jemand zerschnitzelt worden wow da ist jemand zerschnitzelt worden wow da ist jemand zerschnitzelt worden wow da lebt wieder deine kollege hey was zum ah ich will eigentlich keine zusätzlichen viecher bekämpfen aber ok ja genau das ist mein feind du bist doch den eigenen wiii sehr schön so wir gehen jetzt erstmal unsere quest abgeben yes dring 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 so jetzt gehen wir aber da rein aber nicht um da weiter zu machen sondern um uns zumindest mal in sicherheit zu bringen damit ich mal eine scheißtrue aufmachen kann sehr schön so und ich würde an der stelle mal einen cut machen wir sehen uns dann beim nächsten mal bei blade and soul würden dann hier in das lager eindringen von dem tyrian kult von diesem phantom kraut feld dingensrumsens und würden uns dort um um einen sogenannten choi jina ist also über den name keine ahnung kümmern und das ganze hier ein bisschen polkottieren ne auf jeden fall bis zum nächsten mal machts gut und ciao ciao wo